Man, this might be something lethal, like a beast that can't be tamed, this is the kind of rage you can't contain. Man, it's like something lethal, yeah, it's like something lethal, yeah, it's like something lethal, yeah, it's like something lethal. Die neue Alpha 9 Mark III von Sony. Das neue Flaggschiff, ihr habt sicherlich schon gehört, diese Kamera hat einen verbauten Global Shutter. Und das ist eine absolute Weltneuerheit. Das hat es so noch nicht gegeben, zumindest noch nicht für eine Systemkamera. Wir können mit der Kamera Fotos machen und Videos in 4K 120 Frames und Fotos, wohlgemerkt, 120 Fotos die Sekunde. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist eine absolute Maschine, perfekt für Sport und Wildlife-Fotografie. Und wir werden uns die Kamera heute mal angucken, wir werden ein bisschen testen und ihr werdet lernen, was es mit dem Global Shutter bzw. dem Rolling Shutter auf sich hat und warum so eine Global Shutter Kamera Sinn machen kann, aber was auch die Nachteile sind. Habtisch liegt die Kamera super in der Hand. Wir haben hier ein leicht abgerundetes Design, wir haben ein Magnesium-Body, wir haben ganz viele Knöpfe, ganz viele Custom-Buttons, die wir uns frei belegen können. Und wir haben ein Flip-Out-Screen verbaut. Das heißt, wir haben ein Display, was wir komplett ausklappen können, neigen können, rausklappen können. Also wir können das in alle möglichen Richtungen verstellen. Wir hatten das erstmals bei der Sony Alpha 7 R Mark V und jetzt eben auch bei der Alpha 9 Mark III. Und das ist auf jeden Fall optisch oder haptisch gesehen eines meiner Lieblingsfeatures von dieser Kamera, weil es mir halt eben viele Möglichkeiten, auch was Filmemacher ermöglicht, neue Perspektiven zu finden und finde ich auf jeden Fall ein cooles Feature. Global Shutter, was hat es damit überhaupt auf sich? Also ihr kennt den Rolling Shutter, das ist das, was die Kamera bisher gemacht hat. Das heißt, das Bild wird zeilenweise von oben nach unten ausgelesen. Und das hat einige Nachteile, aber auch Vorteile. Die Nachteile sind, dass wir zeitversetzt quasi arbeiten. Also die obere Bildhälfte wird zuerst dargestellt, dann die untere als nächstes. Und gerade wenn wir schnelle Motive fotografieren oder auch filmen, kann es sein, dass wir solche J-Lo-Effekte haben. Das sind alles solche Sachen, die auftreten können. Ihr habt das sicherlich schon mal gesehen, gerade bei so Propellormaschinen oder bei einer Drohne zum Beispiel, wo sich der Propeller auch recht schnell bewegt. Da haben wir das Problem, dass bei einem Rolling Shutter solche Verkrümmungen auftreten. Das heißt, der Propeller verkrümmt sich und wird nicht so dargestellt, wie er eigentlich ist. Oder auch ein sehr schönes Beispiel, eine Autofelge von einem drehenden Rad. Da sieht man es auch ganz schön, ob man mit einem Global Shutter oder mit einem Rolling Shutter filmt. Gerade eben, wenn wir eine höhere Verschlusszeit nehmen oder einen Slow Motion filmen, da hat man auch ganz oft diese Verwölbungseffekte. Und das können wir halt eben mit dem Global Shutter vermeiden, weil hier wird der Sensor instant, also komplett auf einmal ausgelesen. Und dementsprechend haben wir diese Effekte nicht, dass sich irgendwas verkrümmt oder verzerrt. Das ganze Bild wird immer komplett ausgelesen. Und das ist auch schon der Riesenvorteil von dem Global Shutter. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Und zwar ist der Global Shutter nicht ganz so lichtstark wie ein Rolling Shutter und wir haben einen geringeren Dynamikumfang. Das sind so die zwei Nachteile. Das muss man wissen und dementsprechend muss man auch für sich beurteilen, ist es mir wert, einen Global Shutter zu haben oder bleibe ich beim Rolling Shutter? Für den Heli hat das Budget leider nicht gereicht, aber wir haben jetzt mal die Drohne hochgelassen und da kann man ganz gut dieses Phänomen erkennen. Wenn ich jetzt mal meine Alpha 1 nehme, die halt eben den Rolling Shutter hat, dann sieht man ganz gut jetzt bei einer Verschlusszeit, die mit Absicht sehr kurz gewählt ist, also 1.6400, da sieht man diesen Cello-Effekt, also wie sich dieser Propeller verbiegt. Wenn ich jetzt mal den Global Shutter nehme von der Alpha 9, dann sieht man halt eben auch mit derselben Belichtung, was da passiert, denn da haben wir keine Verbiegung, da haben wir wirklich gerade Linien. Wir haben natürlich durch die schnelle Bewegung jetzt auch diesen, ich sag mal, Ghosting-Effekt, aber das Ganze sieht wesentlich ordentlicher aus, als jetzt hier mit dem Rolling Shutter. Ich hoffe, der Saugner fällt. Bevor wir zu den Video-Specs kommen, lasst uns mal ganz kurz über die Photo-Specs reden. Ich hatte ja schon zu Beginn erwähnt, wir haben hier die Möglichkeit, in 120 Fotos die Sekunde zu fotografieren, in RAW. Und es gibt hier vorne den Magic-Knopf, diesen C5-Knopf, und wenn ich den drücke, ich mache das jetzt gerade mal, dann könnt ihr vielleicht hören, wie schnell diese Kamera ist. Und ich sehe es hier oben an der Buffer-Time, da laufen gerade 220 Bilder ein. Und das in so einer kurzen Zeit. Blackout-free wohlgemerkt, das heißt, jedes Bild ein Treffer. Es gibt keine schwarzen Bilder dazwischen, jedes Bild ist ordentlich belichtet. Und das werden wir heute auf jeden Fall auch mal an die Grenzen bringen und schauen, ob das wirklich so gut funktioniert, wie es in der Werbung angekündigt wurde. So, 120 Fotos die Sekunde. Da ist der Porsche, hier ist die Kamera, Teleobjektiv. Ich würde jetzt mal sagen, wir gucken mal, wie der Autofokus performt und vor allem auch, wie die 120 Bilder so abgehen. Also, los geht's. Alter, ich habe gerade 400 Bilder gemacht in zwei Sekunden oder so. Völlig krank. Einmal durchgedrückt, 300 Fotos. Ah, Speyerkarte voll. Das ist natürlich der Nachteil, wenn du so hohe Daten schießt hier die ganze Zeit. Und ihr merkt schon, bei der Kamera dreht sich alles um das Thema Geschwindigkeit. Und als wäre das nicht alles schon genug, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, hier Fotos zu machen mit einer Belichtungszeit von bis zu, haltet euch fest, 81.000. Ihr könnt da wirklich Momente festfrieren, die es so nicht gibt. Also, so eine Verschlusszeit habe ich bei keiner anderen Kamera bisher erlebt. Und jetzt kommt noch das Topping dazu. Ihr könnt das Ganze auch blitzen. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil von Global Shutter. Bei einem Rolling Shutter könnt ihr ja so bis maximal 1,250. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, 1,320. Blitzen. Aber dann hört es schon auf. Dann habt ihr diese Artefakte durch dieses Zeilenweise-Auslesen. Aber, ihr wisst, der Global Shutter wird permanent, instant ausgelesen. Und dadurch könnt ihr jetzt quasi mit Verschlusszeiten bis zu 81.000 blitzen. Und das hat es so auch noch nicht gegeben. Also, da gibt es auf jeden Fall auch wieder neue Arten der Fotografie, die vorher noch nicht möglich waren. Und ich bin sehr gespannt, wenn meine Fotokollegen, Studio-Blitzkollegen, das Ding mal austesten und damit die ersten Bilder zaubern. Ein weiteres interessantes Feature für die Fotografen unter euch ist das 1-sekündige Precapture. Das bedeutet, ihr macht ein Foto und könnt später noch 1 Sekunde zurückspulen, sozusagen. Und könnt Bilder auswählen, die vor dem Auslösen entstanden sind. Und zwar 1 Sekunde. Ist ganz praktisch, wenn ihr einen Moment verpasst habt oder wenn ihr Wildlife fotografiert und das Tier ein bisschen früher in den Frame kam, als ihr den Auslöser gedrückt habt, dann ist Precapture auf jeden Fall euer Freund. Ihr kennt das vielleicht schon von der FX6. Da gibt es das in der Videofunktion. Da nennt sich das Ganze Pre-Roll. Und hier haben wir das Ganze erstmalig jetzt auch für die Fotografie. Nennt sich Precapture. Ein weiterer großer Vorteil vom Global Shutter ist auf jeden Fall auch, dass ihr kein Problem mehr habt mit Bending und Flickering. Ihr kennt das. Ihr seid auf einer Veranstaltung. Da steht eine große Video-Wall. Da sind Lichter angebracht. Und irgendwas flackert immer. Entweder ist es die Video-Wall oder die Lichter, die falsch eingestellt sind oder auf einer Frequenz laufen, die nicht mit der Kamera gematcht ist. Und das ist halt eben ein Problem von Rolling Shutter. Durch das zahlenweise Auslesen entstehen dann natürlich solche Artefakte. Aber wenn wir den Sensor auf einmal instant auslösen, wie jetzt hier mit dem Global Shutter, dann ist das eliminiert. Und wir haben kein Problem mehr mit Bending, Flickering. Und das finde ich persönlich auf jeden Fall einen Riesenvorteil. So, lass mal über Video reden. Das ist ja schließlich ein Filmemacher-Kanal. Und wir haben jetzt so viel über Foto geredet. Aber das war auf jeden Fall auch sehr wichtig, weil die Fotofunktionen sind echt enorm und so weltneu, dass wir da einfach drüber reden mussten. Aber was kann die Kamera im Videobereich? Wir haben ja im Prinzip eine ähnliche Kamera, wie wir es auch mit der FX3 haben. Wir können hier in 4K 120 Bildern drehen. Ohne Crop wohlgemerkt. In 10 Bit, 4 zu 2. Das Ganze mit 600 Mbit die Sekunde. Und wie wir es schon kennen in S-Log3 und S-Cinetone. Also im Prinzip dieselben Funktionen, die wir auch haben in der FX3 oder der Alpha 1. Der einzige Vorteil ist, wir haben jetzt hier halt eben einen Global Shutter verbaut. Hat aber auch, wie ich schon zu Beginn sagte, 1, 2 Nachteile. Wir haben hier eine deutlich höhere native ISO. Also die native ISO bei S-Log3 liegt hier bei 2000. Das bringt natürlich so ein kleines Grundrauschen mit sich, aber ich hatte es schon erwähnt. Ich finde das Rauschen relativ angenehm, beziehungsweise ich nehme es gar nicht als Rauschen wahr, sondern eher so ein bisschen als Filmcrane. Und selbst im Lowlight-Bereich bei 25.600 ISO macht die Kamera noch einen sehr guten Job. Also man sieht natürlich, dass es rauscht und man sieht auch, dass es Lowlight ist und dass es nicht so gut ist wie eine A7S III. Aber für einen Global Shutter mit so einer hohen ISO war ich echt begeistert und habe das so nicht erwartet. Das sind Sachen, die muss man wissen und das sind halt eben auch die Nachteile von so einer Global Shutter-Kamera. Also schlechtere Lowlight-Performance und kleinere Dynamikumfang. Also an sich die altbekannten Video-Specs, die wir auch in der FX3 und der Alpha 1 haben. Aber eine Sache ist dazu gekommen und die ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert. Das ist der Dynamic Active Stubby. Ihr kennt ja den Active Stubby, der sorgt dafür, dass das Bild noch ein bisschen stabiler ist als mit dem normalen IBIS. Und jetzt gibt es eben den Dynamic Active Stubby und der soll das Bild nochmal 30% mehr stabilisieren. Und wir haben das Ganze ausprobiert und ich muss sagen, die Ergebnisse sind echt sehr sehenswert. Das Ganze ist sehr gut stabilisiert. Wir können uns in der einen oder anderen Situation den Gimbal sparen, was mich natürlich sehr erfreut, weil dadurch habe ich weniger Technik mit mir rumzuschleppen. Es ersetzt den Gimbal nicht. In vielen Situationen brauche ich ihn trotzdem noch. Aber es ist auf jeden Fall eine absolute Arbeitserleichterung. Also Dynamic Active Stubby. Check das auf jeden Fall mal aus. Ob die Alpha 9 Mark III jetzt die richtige Kamera für dich ist, das musst du selber entscheiden. Es kommt halt wirklich darauf an, welche Art von Fotografie oder Videografie machst du. Und wir haben ja natürlich auch einen Preis, der relativ stolz ist. Also die Kamera kostet knapp 7000 Euro. Aber man muss auch wirklich sagen, das, was hier drin verbaut ist, gibt es so bei keinem anderen Hersteller. Und es ist eine absolute Weltneuheit. Von daher ist der Preis auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Ich bin super gespannt, wie die ganze Entwicklung weitergeht, wie jetzt auch andere Hersteller darauf reagieren und wie auch die Sensortechnologie weiter voranwächst dadurch. Vor allem würde mich interessieren, wie seht ihr die ganze Deutsche Throne? Wollt ihr lieber den Rolling Shutter behalten und dafür die Vorzüge genießen, wie zum Beispiel bessere Bildqualität, bessere Lowlight Performance? Oder sagt ihr, Global Shutter ist the way to go. Ab jetzt bitte nur noch Global Shutter. Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Und wer weiß, vielleicht liest er der ein oder andere von Sony mit. Und your dream comes true. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.